Der Hit der Woche Stars, Hits und Benefiz Musical Affair 2014 Endlich wieder die ganz große Show im Weiblinger Weihnachtszirkus Das Beste aus der Welt des Musicals und des Musikfilms 10. und 11. Januar Mit dabei Katie Kelly, John Novel, Jesse Rich, Gotthilf Fischer und Peter Sidney Youngblood Wie in jedem Jahr wieder zugunsten der Stiftung gegen Gewalt an Schulen Musical Affair 2014 10. und 11. Januar im Weiblinger Weihnachtszirkus